Hallo und herzlich willkommen zurück zur Let's Play Buffer mit Fluch Teil 5 der Sündenfall. Hier sind wir wieder zurück beim Rekonstruktion oder Rekonstruieren des Tathergangs und wir haben immer noch den selben Tag. Ich wollte heute unbedingt mal ein bisschen weiterspielen und wir lassen uns jetzt mal von den inspirierenden Tipps des Games inspirieren. Los geht's. Nächster Tipp. Navette lässt mich nicht weg aus der Galerie. Was soll ich tun? Sorge dafür, dass die Rekonstruktion rasch beendet ist. Vielleicht kannst du das Gerät für Navette und Mouet reparieren. Können wir? Sprich mit Navette und befrage ihn zu dem Gerät. Du könntest sogar andeuten, dass du es reparieren könntest. Darauf wäre ich jetzt eigentlich ans Letztes gekommen, da der ja immer so ein bisschen von sich selbst überzeugt ist. Inspektor Navette Läuft's nicht? Woran liegt es denn? Monsieur Stobart, wenn die Pariser Polizei dieses ebenso kostspielige wie komplizierte Gerät nicht zum Laufen bringt, dann bezweifle ich, dass es ein Versicherungsvertreter schafft. Ich bin Versicherungs-Sachverständiger. Tatsächlich, da schlag ich ja lang hin, Monsieur. Tatsächlich, dabei helfe ich sehr gern noch nach. Pff, genug jetzt. Sie sind weder qualifiziert noch klug genug, ein solches Gerät zu bedienen. Vivir? Wie war das, Mouet? Ich sagte anders als Vivir, Inspekteur. Na komm, schön, spring über deinen Schatten. Wie sind Sie schon lange, Kripo-Beamter? Lang genug, Monsieur. Sie haben sicher schon viele Verbrechen aufgeklärt? Mehr als Sie warme Mahlzeiten zu Abend hatten. Nun, ich habe sehr oft warm zu Abend gegessen. Ach ja? Wie oft? Was? Genau wie oft haben Sie warm zu Abend gegessen, Monsieur? Naja, weiß nicht. Paar tausendmal? Sie beweisen, dass ich recht habe, Monsieur. Präzision und Genauigkeit sind das A und O. Sie sind ein Unikum, ein erstaunlicher Mensch, Inspektor Navette. Schön, dass Sie beeindruckt sind. Hm. Ich war sicher, ich konnte das Gerät zum Laufen bringen. Wenn ich bloß Navette aus dem Weg hätte. Verzeihen Sie. Bitte, Monsieur. Ich bin etwas beschäftigt. Wie kriegen wir Mouet raus? Also, vielleicht kann... Kann ich Sie noch was fragen? Wenn es sein muss? Können Sie mir sonst noch was über Navette erzählen? Der Mann ist ein Idiot. Gut, danke. Hm, es ist nicht wirklich färre. Inspektor Navette. Wenn ich es mir bloß mal schnell ansehe, vielleicht sehen Sie ja nur den Wald vor lauter Bäumen nicht. Lächerlich. Das weiß doch jeder, dass im Wald viele Bäume stehen. Ich meinte, vielleicht sehen Sie das Offensichtliche nicht. Das Offensichtliche, Monsieur Stobart ist, dass ich nicht dumm bin. Klar, Sie stehen ja auch nicht im Wald, Inspektor. Genau. Und jetzt überlassen Sie das bitte den Experten. Sie sind hier sicher der Obermacker? Ja, ich bin der Obermacker. Und der Obermotz? Sind Sie auch der Obermotz? Wie kriegen wir den dazu, sich was anderes anzugucken? Die Überwachungskamera behielt immer noch die Galerie im Blick. Hm. Vielleicht hilft das ja. Inspektor Navette. Ich weiß, das klingt blöd, aber ist das Ding überhaupt eingestöpselt? Monsieur Stobart, halten Sie mich wirklich für so dumm, dass ich nicht einmal das Grundsätzliche überprüfe. Wir machen alle Fehler. Welch lächerliche Verallgemeinerung, Monsieur. Also ich sehe doch von ihr aus, dass... Ah, benötigen Sie Hilfe, Inspektor? Sehr witzig, Moué. Einen Moment. Nun war ich ihn los. Also jetzt oder nie. So. Okay, und... Nein! Nein! Zeit, die Sache in Gang zu bekommen. Sehen Sie, Moué. Ich wusste, ich schaffe es. Ich bin nicht sicher, ob... Genau. Sie wussten, mein überlegener Intellekt würde am Ende obsiegen. Ja, Inspektor. Inspektor, ich bitte um Verzeihung, aber da ist ein kleiner Ackern. Ich höre... Wir haben... Großer Gott, Moué. Wollen Sie mir nahe legen, jemanden zu töten, um die Szene nachzustellen? Nein, Inspektor. Wir brauchen nur eine Leiche. Ah, ja, verstehe. Aus Ihnen wird noch ein Kripo-Beamter, Moué. Das habe ich natürlich bedacht. Und das machen... Sie. Ich? Ich bin doch nicht tot. Noch nie Theater gespielt, Monsieur Stobart? Naja, ich will mich nicht loben, aber meine Hauptrolle in Die Katze auf dem weißen Frechdachs hat letzten Sommer ziemlich das Haus gerockt. Als Katze oder als Frechdachs? Weder noch. Also keine Hauptrolle. Neue Halbwahrheit, Monsieur? Wie auch immer. Jetzt bekommen Sie eine echte Hauptrolle. Aber er sieht gar nicht wie das Opfer aus, Inspektor. Oh verdammt, Moué. Müssen Sie ständig Probleme sehen? Lassen Sie mich nachdenken, wie wir das machen. Auf Navettes Problemlösungen zu warten, konnte eine ziemliche Weile dauern. Ich brauchte etwas, das mich mehr wie Henri aussehen ließ. Ich sehe mich mal um. Vielleicht finde ich was. Ja, tun Sie das. Wirklichkeitsnähe ist wichtig, Stobart. Da kommt schon Nico. Ah, sind Sie auch endlich da? Bitte machen Sie es sich bequem. Wir nehmen nur noch einige Korrekturen vor. Pater Simeon, Nico. Hi, George. Willkommen in der Anstalt. Lass mich raten. Navette ist überglücklich, dass wir den Fall gelöst haben und schlägt uns für einen Orden vor. Hm, nicht ganz. Ich habe ihm von Shears und Medovsky erzählt. Er sagt, ich fantasiere. Das ist ja irre. Sag ich doch. Lauter irre. Und was tun wir jetzt? Weitermachen. Medovsky dran kriegen. Was ist mit Navette? Den ignorieren wir. Und dieses Theater? Die Rekonstruktion? Na, je eher sie losgeht, desto eher ist sie rum. George, was zum Teufel soll dieses Gerät? Das ist Navettes Baby. Soll angeblich den Tatort analysieren und uns sagen, was passiert ist. Aber das wissen wir doch schon. Wir ja, aber Navette nicht. Ruhe bitte. Wie soll ich mich bei dem Lärm konzentrieren? Lane hatte recht. Navette war ein Idiot. Und das war ein Sternchenzeichen. Hallo Nico. Hat sich was getan? Nicht viel seit unserem letzten Gespräch, George. Ich weiß aber, dass wir hier raus müssen. Horis Sachen fand man vermutlich am ehesten in seinem Büro. Jetzt lässt er mich rein. Das Fenster ging zur Straße raus. Draußen war es still. Können wir hier nicht irgendwie raus? Das Fenster... Na ja, gut. Auf dem Kopf der Statue klemmte eine von Horis Brillen. Vielleicht, ganz vielleicht, sah ich ja mit der Brille wie Henri aus. Es war eine Statue von Horis. Hm, 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 hm. Der Kram musste seit den 70ern Staub angesetzt haben. Da war eindeutig nichts brauchbar. Es war eine Wasserpfeife. Von den Dingern kriegte ich Kopfweh. Eine Lava-Lampe. Eine Lava-Lampe. Stand ich auf sowas oder nicht? Der Schreibtisch war voll mit Horis Kram. Und nichts davon war brauchbar. Der Schreibtisch war... Und nichts davon... Es war ein ramponiertes Sofa. Und nichts brauchbares war dabei. Horis' Pinnwand war voll mit allem möglichen Kram. Ein 1600er VW-Campingbus Typ 2. Knallbunt bemalt. Die Kette würde er ja auch nicht nehmen. Das ist still. Es war eine reichlich auffällige Uhr. Es war eine... Das wäre nutzlos. So, aber hier haben wir ja in dem Sinne auch nichts weiter. Gemälde. Schreibtisch haben wir geguckt. Lava-Lampe-Telefon. Oh, Krempel... Gitarre. Der arme Mann würde nie wieder Gitarre spielen. Aber er will es auch nicht mitnehmen. Gut. Geh erstmal hier hin. Ich habe diese Brille von Henri gefunden. Gestohlen oder gefunden? Egal, das könnte funktionieren. Kommen Sie alle auf Position. Ich will, dass jeder da steht, wo er war, als das Opfer starb. Also, das ist doch lächerlich. Gottes Wege sind unergründlich, Pater. Er glaubt an die Wissenschaft, Mr. Stobart. Nicht an Gott. Pater. Ja, mein Sohn. Sie reden ständig von den Gnostikern. Wer ist das? Es ist ein Kult. Ein verdrehter Ass des Christentums, der Luzifer mit Gott gleichstellt oder ihn sogar noch mehr verehrt. Schon klar, dass das dem Vatikan wenig behagt. Der Vatikan geht Sie gar nichts an. Schweigen Sie! Meinen Sie, das Gerät wird den Inspektor auf die Spur des Mörders führen? Er wird die Antworten finden, die er sucht. Aber er stellt die falschen Fragen. Das war kein normaler Mord. Bei unserem letzten Treffen sagten Sie, das Bild sei böse. Ich erkläre es Ihnen. Ich bin Dominikaner, Mr. Stobart. Unser Orden wurde gegründet, Heresie aufzuspüren und zu vernichten. Warum? Weil Heresie böse ist. Okay. Tausend Jahre lang kämpfen wir schon gegen die Heresie. Unsere Feinde haben uns sogar die Hunde des Herrn genannt. Dominikanes. Hunde des Herrn, verstehen Sie? Wie genial. Also, dieses Gemälde, La Maledictio, ist zweifellos Heresie. Halt! Moment! Wie kann denn ein Gemälde Heresie sein? Weil es vor gnostischen Symbolen strotzt. Und Gnostiker sind Heretiker. Was für Symbole? Böse Symbole. Der Ouroboros, die Schlange, die sich in den Schwanz beißt. Abbilder von falschen Heiligen, Heretikern. Sie halten also das Bild selbst für böse. Es hat einen Mord verursacht, Mr. Stobbert. Und Mord ist Sache der Polizei. Ruhe bitte. Alle beide. Der Ouroboros, was genau ist das? Er ist ein gnostisches Symbol. Er zeigt etwas Verborgenes an. In dem Ouroboros sind Bäume abgebildet. Sie symbolisieren das Wissen. Der Ouroboros weist also auf verborgenes Wissen hin. Das Gemälde muss zerstört werden, damit das Wissen nicht offenbart wird. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Die erste Erfassungsrunde ist abgeschlossen. Stehe nur noch 36 aus. Bitte bleiben Sie auf Ihrem Posten. Wir setzen das Gerät zurück. Sie dürfen sich entspannen und miteinander reden. Wer sind diese falschen Heiligen? Gnostische Heilige. Nicht von der Kirche selig gesprochen. Sie stellen die Rechtsgläubigkeit in Frage, locken unachtsame, auf Pfade verbotenen Wissens und schicken unschuldige Seelen ins Feuer der Verdammnis. Sie meinen wie ein Black Sabbath-Album? Glauben Sie, Inspektor Nawet klärt die Sache jemals auf? Ich bin nicht sicher, obwohl ich kein Experte bin. Ja, ist er wohl auch nicht, wie es aussieht. Warte, Retro-Satana! Was ist denn? Es ist schlimmer, als ich dachte. Was denn? Ist doch bloß eine Skizze. Nicht bloß eine Skizze. Das Gemälde... Hatte ich irgendetwas Falsches gesagt? Ich muss hier raus. Sofort. Pater Simeon, ich verbiete Ihnen zu gehen. Dies ist eine offizielle Ermittlung. Verstehen Sie nicht? Großes Übel ist über uns gekommen. Das Gemälde ist böse. Die ketzerischen Gnostiker sind im Bunde mit dem Teufel. Dem Teufel? Verstehen Sie nicht? Die Tabula Veritatis. Die Tafel der Wahrheit. Sie existiert. Na, na. Da ist aber jemand aufgeregt. Packen Sie Ihre Zeugen nicht zu hart an, Inspektor Nawet. Wer sind Sie denn? Dies ist Sache der Polizei. Richard Langham, Interpol, Abteilung Kunstraub. Wir haben telefoniert, Inspektor. Ah, ja. Oh, Sie hatten nicht gesagt, dass Sie an meinen Tatort kommen wollten. Was genau ist dieses Gerät, Inspektor? Eine kleine Erfindung meiner Wenigkeit, Monsieur Langham. Es wird rechnen, wessen Blut das da auf dem Boden ist und... Keine Sorge, Inspektor. Könnten Sie etwas beiseite gehen? Ich würde zu gern sehen, was Sie da tun. Ah, natürlich. Es ist schon recht bahnbrechend. Pizzakarton. Hm. Ihr Verdächtiger ist wohl Hawaiianer, Inspektor. Hawaiianer? Mon Dieu, Mue. Kontaktieren Sie sofort die hawaiianische Botschaft. Da läuft ein Surfkiller frei herum. Verständigen Sie die Flugäffen und die Surfshops. Pizza? Mue. Sinar. Vergessen Sie die Surfshops. Verständigen Sie die italienische Botschaft. Das stinkt gewaltig nach Mafia. Inspektor? Wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich jetzt gern Ihre Zeugen sprechen. Und in der Zwischenzeit versuchen Sie vielleicht, Ihren Priester zurückzuholen? Madame Collard, Mr. Stobart nehme ich an. Kann ich Ihnen einen Kaffee spendieren? Langham klang schon etwas kompetenter. Vielleicht würde er ein bisschen Vernunft in den Fall bringen. Auf jeden Fall besser als der andere. Er hat mir auch von Ihnen beiden erzählt. Ich kann mir lebhaft vorstellen, was. Aber wieso interessiert Sie dieser Kunstraub? Ich ermittle schon seit einiger Zeit gegen eine Bande von Kunstdieben. Und das hier sieht nach einer guten Spur aus. Aber Nawet ist ein Vollpfosten. Ich hatte gehofft, Sie könnten mir helfen. Sie schmeicheln uns. Wir tun nur unsere Arbeit. Das tun wir alle. Oder versuchen es zumindest. Vielleicht können wir uns ja gegenseitig helfen. Ich vermute, bei Ihnen waren die Ausstellungsstücke versichert? Stimmt. Und es wird uns teuer zu stehen kommen. Schon irgendwelche Spuren? Vielleicht. Es gibt da einen Russen namens Medovsky, der wohl der Eigentümer des Gemäldes ist. Medovsky. Sie kennen ihn? Ein Oligarch. Öl, Kunstwerke, Aluminium, Ex-KGB. Übler Kerl. Sie müssen vorsichtig sein. Medovsky ist gefährlich. Er tötet jeden, dem im Weg steht. Für einen Bullen schien Langem ganz okay zu sein. Das Problem bei Abmachungen mit Polypen ist nur, dass man am Ende meistens drauf zahlt. Aber ich fand das vertretbar, wenn ich dadurch Medovsky zur Strecke bringen könnte. Wir haben Beweise gefunden, dass Medovsky etwas mit der Wachfirma zu tun hatte, die für die Galerie zuständig war. Hm. Interessant. Und einer seiner Männer, ein Kerl namens Scheers, war am Tag des Diebstahls in Paris. Ach. Wirklich. Wir haben auch einen Brief von einem gewissen Genen gefunden, der Medovsky das Gemälde abkaufen wollte. Genen. Der Name kommt mir bekannt vor. Haben Sie sonst irgendwas über ihn rausgefunden? Nein, wir waren ziemlich in Eile. Was ist mit dem Priester? Dem guten Pater Simeon. Irgendwas hat ihm Angst eingeflößt. So viel ist sicher. Hab ich gehört. Er sagte immer wieder, la malediccio sei böse. Vielleicht hat er recht. Zumindest hat das Bild Böses bewirkt, oder? Ich gehe allen Hinweisen nach, Mr. Stobbert. Selbst denen von verrückten Priestern. Bleiben wir in Verbindung. Danke für Ihre Hilfe. Der Kaffee geht auf meine Rechnung. Oder genauer, auf die von Interpol. Miss Kolar, Mr. Stobbert. Und George, was denkst du? Interessant. Er scheint den Überblick zu haben. Stimmt. Langsam könnte das hier gefährlich werden, Nico. Glaubst du, Lengel hat recht, was Medovsky angeht? Na ja, er scheint Ahnung zu haben. Also, ich fand ihn ganz niedlich. Er ist Engländer, Nico. Die findest du alle niedlich. Ein Typ mit Tiefgang. Ach ja? Und was ist mit meinem Tiefgang, hä? Den hast du mir doch schon von langer Zeit gezeigt, George. Ich gehe heim und schreibe den Artikel schon mal vor. Und du? Ich muss zu einer Frau, wegen einem Hund. Einem ausgestopften Hund, genauer gesagt. Du sprichst in Rätseln, George. Ach, ich muss nur noch mal zu Bijou. Sie war nicht ganz ehrlich zu mir. So, dann gehen wir mal zu Bijou. Bijou hatte mir erzählt, sie habe nichts mit dem Geschäftlichen zu tun gehabt. Aber Lane behauptete das Gegenteil. Einer von beiden log. Ja? Bijou, hier ist noch mal George. Ich muss das jetzt noch auf jeden Fall rauskriegen. Der schwere Duft von Alkohol und Räucherstäbchen hing in der Luft. Erinnerte mich an meine Studentenzeit. Was ist passiert? George, bitte helfen Sie mir. Ich bin am Ende. Oh, helfen Sie mir. Sie müssen mir helfen. Was ist denn, Bijou? Ich kann unser Lied nicht mehr spielen. Erst verliere ich Henri, jetzt noch unser Lied. Sie meinen die Schallplatte? Was ist passiert? Ich bin gestolpert und aus der Seen draufgetreten. Was war das für ein Lied, Bijou? Ich bin am Ende ohne unser Lied. Am Ende. Der Name des Lieds, Bijou? Jasmin. Es war unser Lied. Ich werde sehen, was ich tun kann. Lane hat mir gesagt, sie hätten den Herkunftsnachweis und sie hätten den Papierkram der Galerie erledigt. Oh, in meinem Kopf fährt ein kleines Mäuschen immer rund und rund und rund. Bijou, ich muss das wissen. Alle Papiere sind im Safe, im Büro der Galerie und hören Sie auf mit der ganzen Fragerei. Bijou, wo ist der Schlüssel für den Safe? Henri? Sie sind nicht Henri. Ich verwahre den Schlüssel so, wie Henri es wollte. Könnte ich mir bitte den Schlüssel ausleihen? Ich brauche meine Melodie. Das ist das Einzige, was zählt. Ich konnte in ihrem Zustand einfach nicht vernünftig mit ihr reden. Ich musste anders an den Schlüssel kommen. Wer hat das Lied gesungen? Mein Schatz Henri, natürlich. Es kam bis auf Platz zwei der schwedischen Scherz. Ich war so stolz. Besorgen Sie mir eine neue Platte, Georges. Bitte, versprechen Sie es mir. Ich kann es ja versuchen. Oh, Sie sind ein Schatz. Ich fühlte mich schrecklich. Schließlich war ich kein Schatz, sondern nur hinter dem Safe-Schlüssel her. Aber ich weiß schon, wo wir die neue Schallplatte herkriegen. Helfen Sie mir. Weil genau dieselbe Musik war in der Galerie, in dem Atelier. Wir müssen bloß nochmal schaffen, da nochmal reinzukommen. Ich würde sagen, ich beende das. Es ist eine ganz schön lange Folge geworden. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ich freue mich auf euch und sage schon mal bis dahin. Euer Party und ciao. Wir sehen uns auf jeden Fall.